Jetzt zeige ich euch ein Teil von meiner Heimat. Jetzt bin ich am Panzergraben in Steinfeld angekommen. Der Panzergraben ist nach dem Zweiten Weltkrieg ein schönes Biotop geworden. Viele selten Tiere haben hier ihren Platz gefolgt. Mir macht es sehr viel Spaß, hier die Natur zu beobachten. Hier haben Kanada Gänse ihren Platz gefunden. Der Panzergraben ist heute zu einem Anglerparadies geworden. Schmetterlinge und Libellen haben hier einen schönen Lebensraum gefunden. Jetzt kennt ihr einen Teil von meiner Heimat. Das war's. 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 Das war's.